S.I.N.G.V.E.R.B.O.T. für Rocklegende, Aerosmith muss seine letzte Tour unterbrechen. Elmond, USA, Rockstar Steven Tyler, 75, tut, was sein Arzt ihm sagt, wie der US-Sänger und seine Band Aerosmith, Dream on, I don't want to miss a thing, am heutigen Dienstag über Instagram bekannt gaben, müssen einige Termine der aktuellen Abschiedstournee in Nordamerika verschoben werden. Es bricht mir das Herz zu sagen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten 30 Tage nicht zu singen, heißt es in der Mitteilung. Der 75-jährige Musiker zog sich während seiner Show am Samstag, dem 9. September, in Elmond, New York, USA, eine Stimmbandverletzung zu, die zu einer Blutung führte. Wir müssen ein paar Termine verschieben, damit wir zurückkommen und euch die Performance geben können, die ihr verdient. Insgesamt sechs Konzerte sind von Thülers gesundheitlicher Beeinträchtigung betroffen und werden nun auf Januar und Februar 2024 verlegt. Aerosmith startete seine letzte Tour namens Peace Out, erst eine Woche zuvor in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Das letzte Konzert der Band war ursprünglich für den 26. Januar 2024 im kanadischen Montreal geplant. Ob es die alternden Rockstars noch einmal über den großen Teich nach Europa oder Deutschland schaffen, ist aktuell nicht bekannt. Und das letzte Konzert der Band war ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017